Ach du liebe Zeit, hab ich dir wieder Fisch in der Blumenwahls lichelassen? Wir waren drei Wochen fatt. Hinter der Weinflasche, eine tote Maus. Das war doch wohl nicht wieder die Haushälterin. Die hat doch das letzte Mal in die Ecke geschissen. Hey, was soll man denn da machen? Was, wenn das da erstens so ein Käse wieder ist? Ein Käse in der Vitrine. Das kann doch nicht so schlimm sein. Das ist doch unmöglich. Das ist nicht auszuhalten, der Gestank. Nix gibt's. Also so eine unzuverlässige Putzhilfe. Das mit der Stinkbombe. Das hat mir den letzten Rest gegeben. Wo hol ich die dann überhaupt eine Maus her in dem wunderbaren Haus hier? Also ich sag dir, nix gibt's. Ich mach das nicht mehr mit. Das ist nicht auszuhalten, der Gestank. Da gibt's gar keine Entschuldigung dafür. Jetzt kümmere dich doch mal da drum, was hier los ist. Das ist nicht auszuhalten! Ich kriege die Stinkbombe. Vielen Dank.